bei diesem arbeitsschritt ist das ding eigentlich schon an ja bei diesem arbeitsschritt soll es jetzt darum gehen zunächst einmal das planen weiter hier in dieser richtung aufzuwerfen was nicht mehr und weniger heißt als schwarzen sand hier zu verstreuen so Das würde ich jetzt als gründlichen Fehlschlag bezeichnen. So. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So. Da kann ich die Zeit benutzen, um hier in dem Bereich noch ein bisschen Trasse anzuwerfen. So. 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 So.